Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA Online hier in By2Weekend. Äh, jetzt wird's lustig, wir spielen mit einem Hubschrauber. Hubschrauber, Hubschrauber. Hat der dann auch Waffen, wenn ich einen mit Waffen wähle? Nein, glaube ich nicht. Schade. Ich glaube nicht, das ist glaube ich nur ein Rennen. Na gut, dann nehme ich den hier. Ich weiß auch gar nicht, wie steuert man denn ein Helikopter? Ich habe keine Ahnung. So, Fahrzeug wurde bestätigt, so. Okay. Wer ist hier mit 5 und 8? 5 und 8? Ja, auf dem Numpad. Ich glaube 8 ist quasi runter und nach vorne und 5 ist hoch. Auf dem Numpad wird das Ding gesteuert? Ich glaube schon, also so ziemlich. Ich weiß nicht, ob ich es noch irgendwie anders steuern kann. Oje. Wir werden sehen. Wir werden gemächlich abstürzen. Du bist ja einmal in die Luft geflogen, also mit so einem Ding. Ah ne, einmal ist er ausgestiegen. Einmal ist er ausgestiegen und einmal habe ich in die Luft gejagt. So war das glaube ich bei der einen Mission, wo er eigentlich ein Ding ist. Talin hat ganz schön viele Matches verloren irgendwie. Mhm. Mhm. Autorennen. Autorennen. Okay. So geht's runter, so, äh, nicht. Ah ja, 5 und 8, ja, da hat er recht. Alter, das ist ja. Ich steuere den so. Ah, erstmal die Kurven kriegen. Ich möchte anmerken, ich kann absolut nicht Heli fliegen. Oh, äh, ich gehe in die Luft. Äh, wie steigt man, wie steigt man, wie steigt man? Äh, mit W und Theoretisch-Glocken. Wie? Ja, das war zu spät. Ja. Das ist schön zu wissen, dann habe ich Tausenderwetter ja eventuell gleich im Sack. Weil Heli fliegen kann ich mit Controller, deswegen habe ich einen gewählt. Ja, verdammt, ich bin am Punkt vorbeigeflogen. Hä, ich kann mich halt gar nicht bewegen halt. Ich komme halt gar nicht vorwärts. Ich bin ins Wasser geflogen. Äh, ich auch wieder. Alter, die Steuerung ist schon scheiße. Ja, deswegen, mit dem Controller ist das sehr, sehr angenehmer. Viel, viel angenehmer. Ich wäre dafür, dass wir gleich ein Auto rennen fahren. Das ist einfacher. Ja. Aber, wie gesagt, ihr kennt das ja von Dü. Der wählt immer nur scheiße aus. Er wollte es probieren. Ja, ist okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist merkwürdig. Nicht doch, nicht doch, nicht doch. Bleib oben, bleib oben, bleib oben, bleib unten. Tschüss. Schön. Hey, ich bin bei Position 2 von 4. Geil. Trotz dieser Unfälle. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, so funktioniert es nicht. Ah, Alter. Äh. Ja, also bis wir die Hubschraubersteuerung drin haben, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ja. Oh nein, schon wieder. Ui, 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 ui. Also wer es noch nicht selber gemacht hat, der wird, äh, ja, ich weiß auch nicht. Äh. Seid ihr überhaupt alle noch da? Oder seid ihr so konzentriert, dass jetzt gerade nichts ist? Ah, na toll. Ich habe mich gemutet, äh, weil die ganze Scheiße liegt ja auf den Tasten, die ich eigentlich auch zum, äh, der Dingelsen brauche. Äh, äh, warte mal ganz kurz hier, äh, 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 äh. Toll, aber im Augenblick, ich muss mich mal hier wieder entmuten. So. Das doofe ist, die Steuerung liegt auf den Tasten, die ich normalerweise auch zum Steuern benutze. Erstmal hallo an alle wieder, ich bin, äh, wieder entmutet. Hahaha. So. Aber ich bin auf Position zwei von vier. Das ist scheinbar besser als andere. Das stimmt wohl, also, ich, das, mir liegt das gar nicht. Boah. Hahaha. Äh. 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 Ich bin gleich wieder tot. Bumm. Alter. Da hab ich grad die Spinnennetze. Nie wieder. Die Spinnennetze aus der, ja. Äh, nie wieder, äh, Hubschrauber rennen. Hubschrauber. Wenn, ich, ich geb euch, also, wenn der Hubschrauber fliegt, am besten, kann ich euch nur empfehlen, einen Controller angeschlossen haben, weil ihr könnt da trotzdem parallel mit der Tastatur spielen. Hubschrauber mit, mit, äh, Controller. Ja, ja, das ist okay. Das könnte man vielleicht, äh, sogar überlegen. Ne, ne, den Punkt mit, danke. Da hinten. Alter, ist das Wahnsinn. Also, Hubschrauber schon, sind zwar geile Dinger, aber nicht in GTA. Ja, ne, echte Hubschrauber lassen sich auch nicht besonders gut steuern. Da hab ich nochmal die Spinnennetze aus den, aus den Heusäcken geholt. Ach, die meinst du, jetzt hab ich sie auch gefunden. Hab ich noch welche übrig gelassen? Ja, ich glaub schon, ja. Oh, verdammt. Zwei. Wow, 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 wow. Oh, alter. Ich glaub, die verstopfen ein bisschen mein, äh, mein Antriebsding hier. Auch ein bisschen. Ach ja. Ja. Ach, da war mein Auge. Uuuhuhu. Uhuhuhuhu. Nö, geh erstmal wieder höher, geh erstmal wieder höher. Alter, Alter. Huh. Ach. Mir wird grad sehr warm, obwohl ich, äh, Luft von oben krieg, von dem, von dem Ventilator da. Was ist, du? Sportliche Betätigung. Ja, absolut. Kommen wir mal bei Black zu. Ach, du bist schon da? Na, ganz toll. Oh, 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 oh. Oh, das waren Palmen. Na gut. Palmen? Mhm. Ich wollte gucken, ob noch Kokosnüsse dran sind. Waren leider keine. Naja? Nein, das war zu knapp. Du hast auch nochmal Spinnennetze gefunden, wa? Ja, ja, ja. Immer. Immer. Komm schon, nimm doch den Punkt mit. Nein, Mann, oh. Oh, okay, gut. Schade. Ich bin gelandet. Ich bin auch gelandet, aber nicht sicher. Black, du solltest ein bisschen runter, ja? Nein, 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 ein bisschen, ein bisschen. Entschuldige. Kein Problem mehr. Lenk mich nicht ab, du bist schuld. Natürlich nicht, aber doch, jetzt schon. So. Ich wollte mich ja nur positionieren für den nächsten Punkt. Ach so, ach so, ach so. Wolltest du Anlauf nehmen? Ja. Ja. Nein, da nicht. Es ging nicht. Es ging nicht. Es ging einfach nicht. Am besten, wenn du so was hast, dass du steigst und die Nase nach oben, dass du sprichst. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, aber das hat gerade nicht so richtig funktioniert. Ja, auch nicht. Der, der, der macht die Nase nicht hoch. Hoch. Der Huftrauber qualmt, ne? Ist das gut? Ja, das ist gut. Das heißt ja, ja. Das ist nur, dass der Katte ein bisschen kaputt ist, das ist alles okay. Ne, das ist, das kommt, weil du, wenn du zu viele Spinnenweben aus den Häuserecken rausgeholt hast, du. Die verstoppen deine Düsen. Oh, 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 oh. Das kommt, du hast natürlich auch den trägen sowjetischen Militärhealy genommen, ne? Ja, keine Ahnung. Black, du musst doch mal den Blinker setzen. Mach ich ja. Siehst du das nicht? Ach doch, ja, da, jetzt seh ich's. Alter, Falter. Ey, jetzt hab ich den Punkt nicht gekriegt. Oh. Naja, gut. Dann bin ich richtig ausgerichtet. Das war Absicht. Achso, das war Absicht. Ja, oh je. Auch das war Absicht. Ah, okay. Ich schwör's. Bei deinem Leben. Ach, bei meinem Leben. Na, meinst ist ja schon vorbei, wieder mal. Ja, Heli, wie gesagt, Heli ist schwer, aber mit dem Controller, finde ich, geht es. Ja, also man muss, glaube ich, erst mal, ich glaube, ich habe ganz am Anfang gar nicht verstanden, wie man den so richtig steuert halt, ne? Also, bis ich jetzt rausbekommen habe, dass man den, sagen wir jetzt mal so, die Richtung halt mit dem Numpad und die Höhe dann halt mit W und S. Ja, okay, gut. Oh, ich seh's Ziel. Das Ziel. Ich eiere entgegen. Yay. Ich bin an dem Punkt vorbei und abgestürzt. Alter Falter. Ich bin froh, dass ich durch bin. So, äh. Das ist schön. Ist das du? Das ist du, ne? Das ist du, ja. Ich guck gerade bei du zu. Genau, guck mal bitte an. Und der, und der peint gerade an der Hauswand. Okay, dann guck mal. Ja, ist alles okay. Ich habe unten, ich habe unten, ich habe unten aufgesetzt. Alles klar. Ja, ist dir gleich vorbei. Kann ich Tali noch einen holen? Ja. Oh, schade. Nie beendet, schade, ey. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Bei mir gab es gar nichts jetzt dafür. Das ist ja doof. Ja, liebe Leute, du hast ausgesucht. Gut. Ja, naja. Herzlichen Glückwunsch für den Sieg. Danke, danke. Vollkommen unverdient. Herzlichen Glückwunsch. So, okay. Na, dann such mal noch eine Mission aus. Irgendwas. Aber nicht hier drin. Ich glaube, ich gehe hier mal raus. Ja, warum denn? Oder kommt hier was anderes? Man kann doch jetzt auch noch was anderes einsetzen. Ja, warte, 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 warte. Ja, genau. Da sind auch andere. Man hat doch jetzt hier ganz, also das kann man doch jetzt hier irgendwie auswählen. Ja. Genau. Dann mache ich das. Was, habt ihr euch für irgendwas ausgewählt? Verwandlung, geteiltes Leid? Ach, du Scheiße. Ja. Okay, okay, okay. Okay. Es ist das erste Mal, dass ich diese Jobs mache, ne? Also, ich glaube, das ist das, wo du permanent dich in andere Fahrzeuge verwandelst. Das heißt, da kann auch mal ein Hubschrauber dabei sein und ein Flugzeug und sowas. Irgendwie klingt das danach. So, Anzahl der Runden, weiß ich jetzt nicht. Machen wir drei. Ja, machen wir drei. Ja, mach halt irgendwas. So, und dann kann man hier. Ich würde auch keine anderen. Achso, da ist noch einer mehr. Okay. Das macht nichts. Der darf. Ach, der darf. Okay, das ist der Florin, ne? Da kommen sogar ein paar hier. Na, einer halt, ne? Zwei. Zwei? Eins, zwei, drei? Ich sehe nur einen. Florin, Eddie. Oh, jetzt darf ein Nerv noch. Der durfte eigentlich nicht. Aber der ist Level eins, der darf auch. Jetzt kommt noch mehr. Oh, Oskiwo wird gewinnen. Nur weil er Level 214 ist? Keine Chance. Nein, weil ich ihn vorlasse. Ja, das ist der Level zehn, aber gar nicht. This Twitch. Oh, da nimmt jemand auf Twitch auf. Hallo Leute, hallo, hallo, ich bin's hier. Abo, mein Channel. Und da verlassen sie alle gleich wieder. War das zu lange gedauert. Ja, weil du nicht aus dem Arsch kommt. Nee, ist auch alles gut. Du ist schuld. Ich habe ja damit gar nichts zu tun, muss man sagen. Das ist der... Das ist der Lobby-Algorithmus. Nee, du ist schuld. Aber es geht los, tatsächlich. Was? Bei mir geht es mal los? Bei mir geht auch noch nichts. Bei mir steht, Sitzung wird gestartet. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Also bei mir steht das auf jeden Fall. Vielleicht habe ich natürlich als Host natürlich mehr Informationen als ihr. Als ihr einfaches Fußvolk. Kannst du irgendwas drücken noch? Ich kann gar nicht mehr drücken. Bei mir steht jetzt, Sitzung wird gestartet. Du siehst auch nicht mehr die Lobby? Ist da gerade drin? Doch, die Sitzung, die Lobby sehe ich auf jeden Fall noch. Aha. Weil, uh, jetzt ist voll. Wie, das ist voll? Fast. Kann ja nicht sein. Doch, einer von 60 Spielern. Seht ihr noch die Lobby oder was? Ja, davon reden wir jetzt. Jetzt die Sitzung wird gestartet. Weil jetzt die Lobby voll ist. Genau. Okay, bei mir wird auf jeden Fall schon eher gestartet, muss man sagen. Ja, weil du bist speziell bei dir. Dein Rechner ist zu langsam bestimmt. Bei dir habe ich ein bisschen eher angefangen. Das geht auf jeden Fall auch los, muss man sagen. Ja. So, ich bin jetzt hier und bestätigen. Ist das jetzt eigentlich ein Motorrad an? Ja, sieht so aus. Ich nehme eine Party, so. Eine Verwandlung. Also, das hängt wahrscheinlich mit dem Motorrad an und dann wird es ein Auto und dann wird es irgendwann wieder Hubschrauben. Oh Gott. Ja, irgendwie sowas wahrscheinlich. Ja. Schauen wir mal. So. Noch acht, sieben, sechs. Fünf, fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh, bin rausgeschmissen. Äh, 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 fünf, vier, drei, zwei, eins. Nochmal. Äh, 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 Blackmats. Keine Wette. Bereits zu spielen. Ja, ja. Mach. Mach los. Ach so, eigentlich. Verwandlungsrennen. Ich sitze eindeutig nicht in einer Party. Oder auf einer Party. Nein. Vor allem Düsen-Triebwerk eher. Ja. Einem Düsen-Triebwerk. Okay. Gibt es irgendwie Boost? Nee. Nee, F müsst ihr drücken. F. F. Ah, ja. Na, fuck my life, ey. Alter, ich seh nix. Nein, ich bin weg. Ihr habt gestürzt. Scheiße. Kommt vorm Punkt. Nein, 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 nein. Oh. Äh. Wie kann man das wieder zurücksetzen? F drücken. Äh, gedrückt halten. Ach ja, F. Das war wirklich F. Stimmt. Alter, nein. Ihr Schweine. Oh. Das war knapp. Oh. Oh. Alter, abgefuckt. Alter. Du, hast du Probleme? Ich hab dir den ersten Punkt. Hey. Nee, ich bin tatsächlich gar nicht so schlecht. Oh, oh. Oh, ja. Wer wählt denn sowas aus? Ja, ihr habt das ausgewählt, Mann. Du, ihr ist schuld. Äh. Oh. Als nächstes. Gibt's ein Flugzeug? Oh, scheiße. Oh, oh. Echt? Ja. Sportflugzeug. Ja, ich bin schon, weil ich schon an einem bin. Ach so. Oh. Ich nicht. Nee, ich fahr auch noch Auto. Interessanterweise bin ich immer noch Zweiter. Nein. Äh. Also, ich bin Achter. Jetzt bin ich im Flugzeug, hä? Ich bin Zwölfter. Oh Gott, nein, was? Nein, verdammt. Ich bin beinahe im Flugzeug gewesen. Ich flieg jetzt mal ganz fleißig vorbei. Nein, ich bin tot. Ja, du bist tot. Warum machst du sowas? Da ist der Erste. Oh, Alter, von der Stecke abgekommen. Nein, 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 bitte flieg rein. Verdammt. Als nächstes ist ein Motorrad. Ich muss erst mal zum Flugzeug kommen, Jungs. Ich muss sagen, Flugzeug ist tot. Nee, ich bin ein Flugzeug. Oh nein, das wollt ihr nicht. Äh, wie steuert man ein Flugzeug? Genauso. Genauso. Nee. Angenehm. Das ist viel einfacher zu steuern als ein... Sag das dem Boden. Achso, es gibt noch mal einen Hubschrauber. Es gibt einen Hubschrauber als nächstes. Was? Nein. Jetzt lädt es bei mir nicht mehr. Toll. Ja, bei mir gibt es gerade schworzen. Jetzt doch. Ach, okay. Ah, ich bin beim Motorrad gleich. Achso, das wird so gesteuert. Ah, alles klar. Okay, gut. Also beim Auto war ich auf Platz 7. Jetzt bin ich nur noch auf Platz 12. Aber... Mal gucken. Nein, okay. Okay, ich muss respawnen. Scheiße. Ich hole den ersten ein. Ich bin erst mal beim Flugzeug. Noch immer. Oh ja. Ich sehe jetzt auch Bike. Das ist meine Chance, wieder aufzuholen. Als nächstes, als letztes gibt es noch mal ein Auto. Oder besser gesagt, das ist wahrscheinlich Runde 2. Oh nein. Oh nein, ich habe ja drei Runden ausgewählt. What the fuck? Scheiße. Oh, warum machst du sowas? Naja, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen aufholen. Oh, jetzt gibt es Motorrad. Ja, dann kannst du ja einfach gucken, dass du dich von Runde zu Runde verbesserst. Ja. Endlich wieder mal normal fahren. Ah, ich habe aber aufgeholt. Das sieht besser aus, so langsam bei mir. Welchen Platz bist du? Elfter. Aha. Nur gar nicht schlecht. Ich bin immer noch 13. Echt? Mhm. Ey, da war ich doch bauen gerade. Oh nein, nicht schon wieder ein Hubschrauber. Oh nein, 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 nein. Nicht zwei Millimeter vom Auto, oh Gott sei Dank. Das war eine spektakuläre Absturzlandung. Oh. Scheiße. Du startest auf dem Dach, das ist so schlimm. Was, mit dem Flugzeug? Ja. Ja. Was, du bist schon wieder beim Flugzeug? Ich bin schon wieder beim Flugzeug. Oh, what the heck. Und gar das beim Auto. Das ist halt das, was ich meine. Controller-Steuerung, ne? Mhm. Hat Vorteile. Ja. Ah, fuck my life. Nee, du. Danke. Oh, da ist du. Hi, du. Oh, da ist irgendeiner. Ist auf Pause. Der hat geparkt. Ja, das Ding ist halt, du musst halt doch wirklich dort reinfahren. Ich bin nämlich gerade drüber gefahren. Das war nämlich mein Problem. Also erster würde ich definitiv nicht. Der ist so gut, der Kerl. Oh, verdammt. Vor allem, wenn du über Kopf fährst. Ich weiß nicht, wie ich steuern soll. Ich glaube, das siehst du auch ganz, ganz wenig auf jeden Fall. Ja. Ja, steht. Bin schon wieder raus, okay. Deswegen jetzt, da sind zwei Runden da Grund eingestellt. Na ja, gut. Hm. Hab ich dich wieder eingeholt? Welcher Platz bist du? Zehnter. Echt? Ja. Hm, toll. Bin Elfter. Ich seh dich aber nicht mehr. Ah doch, ich seh dich. Macht dir das ein bisschen Druck, wenn ich dich sehe? Nein. Doch. Kann dich ja von der Straße rammen. Wenn wir gleich wieder Flugzeug sind. Oh, ist Zeichnung Luftikus. Wie bitte? Auf welchem Platz ist Tallinn? Gerade von neun auf acht gekommen. Hm. Bin jetzt gerade wieder in dieser Achterbahnröhre, was auch immer, mit dem Motorrad. Also, beim Hubschrauber hole ich den ersten immer ein bisschen ein, aber alles andere, da ist der meilenweit voraus. Beim Hubschrauber habe ich letztes Mal zwei Plätze verloren. Er hat jetzt erstaunlicherweise einen gewonnen. Hm. Wo wir jetzt gehen, wie du bist. Ich kann mir mit dem Flugzeug nochmal irgendwie was boosten? Nee, ne? Ich bin wieder beim Auto. Nein, er hat mich wieder überholt. Ach, zwei Leute haben mich direkt schon wieder überholt. Drecks Hubschrauber. Das war dumm. Vor der Kurve. Oh, scheiße, was war das denn? Lieber Respawn. Controller. Ui, 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 ui. Was für ein Stress, ey. Ja. Das ist mir ein Stress. Ja, aber bist du jetzt vieler freigefahren, Black, ne? Ja, bis jetzt schon. Aber jetzt kommt wieder der Hubschrauber. Ich bin über das Scheiß-Auto-Ding drüber geflogen mit dem Hubschrauber. Jetzt muss ich wieder zurückfliegen. Ja, ich stehe hier unten. Ach, das war der Knopf. Natürlich musst du gedrückt halten. Das war denn der zweite Platz, den ich hatte. Jetzt bin ich sechster. Was? Du kannst sogar an den Seiten an dem Scheiß-Ding vorbeifliegen. Interessant. Ja, ich bin ganz, ganz blöde aufgekommen. Und auf einmal war mein Auto außer Kontrolle. Hat sich zwölfmal überschlagen. Und ich lag dann unten. Und wusste nicht gleich, wie ich mich respawnen kann. Alter, die Steuerung. Das gibt's doch gar nicht. Ich komm halt nicht mehr ran an Black. Das ist gut so. Alter. Endlich im Auto, ey. Ah, wieder am Flugzeug. Wär zweiter geworden. Ich trottel. Da ich hier absolut keine sehe. Aber hinter mir. Ich sehe halt auch überhaupt keinen mehr, ne? Was machst du denn, Black, Mann? Das geht sogar nicht. Äh, ja. Jetzt kannst du mich vielleicht einholen? Weil könnte mein Black, du bist richtig, äh... Oh, ne. Tatsächlich habe ich, weil ich respawnen musste, einen überholt. Ich bin neunter. Hast du... Also, ja, weil einer das Spiel verlassen hat. Ah, das kann auch sein. Man hört richtig, wie angeschränkt du bist. Ja, das ist, äh, nicht unanstrengend hier. Ja, Black konzentriert sich so richtig, weil er, weil er Bock hat, mich zu besiegen. Was mach ich? Bock hat, mich zu besiegen. Nein. Ne, was hast du zuerst gesagt? Konzentrieren. Achso, ich habe, ich habe, äh, äh, konspiriert. Weil konspirieren tue ich nie. Das war der Falsche, das war der Falsche. Also, ich finde es gut, dass ich es in die dritte Runde geschafft habe. Das ist nicht zwingend vorausgesetzt gewesen. Ja, schade. Ja. Okay, da hat er das Rennen schon beendet. Okay. Aber da haben so viele das Rennen schon beendet. Ich bin immer noch beim Auto. Rein theoretisch wäre ich ja auch schon durch. Heißt im Klartext, wir werden das Rennen wohl nie beenden. Das macht aber nichts. Ich bin nicht unzufrieden. Nachdem ich jetzt tatsächlich in der Steuerung so halbwegs ein bisschen drin bin, klappt das schon so mehr oder minder. Ja, doch. Also auf jeden Fall. Das muss man so sagen. Auch mit dem Flugzeug und so weiter. Das ist so weit ehrlich. War definitiv mein Verschuld, weil ich nicht genau wusste, wo der Respawn-Knopf ist. Hab ich das vorher gewusst? Ja, das ging mir beim ersten Mal auch so. Was? Warum? Ach so. Ah ja, okay. Wollte gerade sagen, warum ich gucke jetzt nach hinten? Du hast es noch geschafft. Ich war noch im Heli. Leider keine Erfahrung. Naja. Murphy Kennedy. Gewinner. Hat er gut gemacht, muss man sagen. Ja, hat er gut gemacht. Muss man sagen. Sehr, sehr schön. Aber ich bin mit acht aufgeschrieben. Sehr, sehr schön. Mit acht aufgeschrieben, genau. Ich hab sogar, die zweite Runde war sogar richtig gut eigentlich von mir. Aber das kommt niemals an die Leute hier ran. Ich weiß nicht. Also das ist Wahnsinn. Aber okay. Trotzdem sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ich würde sagen, wir werden einmal die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Auf jeden Fall. Da ist ein Wasserverwandlungsrennen. Ich klicke schon mal da rein. So, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.